Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Bobach. Ich gebe Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Heute spannendes Thema, nämlich diese Woche wurde Meistertast 2.0 vorgestellt. Ja und wenn sich die Ziffer vor dem Punkt ändert, dann sind immer große Dinge zu erwarten und wir gucken mal, ob dem auch wirklich so ist. Also wir gucken da mal rein und ich stelle euch die wichtigsten Funktionen der Version von Meistertast 2.0 auch vor. Bitte bleibt bis zum Ende. Ich habe nämlich noch ein Goodie für euch, also ein kleines Geschenk in Bezug zu Meistertast. Also wenn ihr bis zum Schluss bleibt, da gibt es dann noch ein kleines Geschenk und jetzt gehen wir aber mal direkt rein in die Version 2.0. Darüber werden sich die bisherigen Benutzer von Meistertast wirklich am allermeisten freuen, nämlich Performance gewinnen. Also sie haben unter der Haube ordentlich geschraubt, irgendwelche neuen Technologien, React oder Redux oder irgendwie sowas eingebaut. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Ist aber total egal. Meistertast ist deutlich performanter geworden. Also dieses Warten, ewige Warten, wenn man Kommentar reinschreibt, wenn ein Wort lädt und andauert dieses keine Internetverbindung und so. Das gehört der Vergangenheit an. Es ist super performant und damit macht Arbeiten jetzt wirklich deutlich mehr Spaß. Viel hat sich nicht getan. Nur hier oben gibt es jetzt kein Umschalten mehr zwischen Benachrichtigung und Aufgaben. Ich sehe beides gleichzeitig. Benutzer der iOS-Apps oder Android-Apps werden das vielleicht kennen. Dieses My Checklist hier oben. Also ich kann eine kleine Aufgabenliste noch unabhängig von Boards und Aufgaben dort, also nicht projektbezogen erstellen. Und ich kann einfach hier neue Aufgaben hinzufügen, was ich machen will, was weiß ich, Wasser einkaufen. Und so kann ich da unabhängig von den Projekten noch eine kleine Checkliste führen, eine kleine Taskliste und das kann wirklich vielleicht den zusätzlichen Taskmanager überflüssig machen. Und zusätzlich kann ich diese dann, wenn ich möchte, sogar hinterher in eine Aufgabe umwandeln und dann einem Projekt zum Beispiel zuordnen. In einem Board gehe ich dabei auf das I und hier habe ich jetzt über Project Properties alles zentral, was zu dem Projekt dazugehört und auch die Checklisten kann ich hier zentral organisieren. In einer Karte, aber auch in einem Board gibt es jetzt hier dieses Augensymbol. Mit draufklicken werde ich sofort zum Beobachter dieser Karte oder dieses Projektes. Also in einer Task, in einer Aufgabe, in so einer Karte kann man jetzt benutzerdefinierte Felder hinzufügen. Leider nur in der Business-Version, aber das macht das Ganze natürlich sehr, sehr mächtig. Unterm Strich MeisterTask 2.0 ein solides Update. Weniger Funktionen, weniger an der Oberfläche, mehr unter der Haube, mehr an der Performance und das war ja ganz ehrlich gesagt unser größter Schmerz bisher mit MeisterTask. Die mangelnde Performance und die scheint mit 2.0 gelöst und MeisterTask hat angekündigt, da noch mehr zu machen, das also noch schneller zu machen und das wäre natürlich toll. Viele kleine Funktionen sind hinzugekommen. Gerade so dieses My Checklist, das finde ich richtig gut. Vielleicht ist das ja der Weg dahin, dass wir wirklich zukünftig nicht noch einen Task Manager neben MeisterTask, also unserem Projekt Manager für Teams brauchen. Vielleicht ist das ja der Schritt, wenn das noch ein bisschen aufgebohrt werden würde, wäre gut. Und natürlich mit diesen benutzerdefinierten Feldern macht MeisterTask Business jetzt auch für Firmen Sinn. Ich habe noch ein paar Wünsche an MeisterTask, was ich mir wirklich wünschen würde und das habt ihr schon seit Ewigkeiten angekündigt. Und bitte macht es endlich. Wiederkehrende Aufgaben. Also bitte geht da dran. Das würde ich mir wirklich sehr wünschen. Dann, was ich mir noch wünsche, sind mehrere Checklisten in einer Aufgabe. Zurzeit geht nur eine. Und das ist eine Sache, die vermisse ich wirklich von Trello. Die können das nämlich. Und das wäre wirklich toll, wenn ihr auch das bringen würdet. Und was ich mir noch wünsche, wenn ihr My Checklist macht, bitte macht es mit Fälligkeitsdatum. Dann macht das Ganze wirklich richtig Sinn. Ja, ich hatte euch ein Goodie, ein Geschenk versprochen. Das kommt jetzt. Ne, wir warten noch. Ich wollte euch noch vorher mein Buch zeigen. Mein LGTD, den Fokus schärfen, das Buch. Hier gibt es sieben Killer-Strategien für mehr Fokus, sodass man mit weniger Aufwand mehr erreicht. Und das gibt es gratis auf meiner Seite. LarsBobach.de-Fokus. Da könnt ihr das gratis runterladen. Ja, also, wenn es interessiert, einfach mal rüber und runterladen. Und jetzt kommt der Goodie, das Geschenk. Und zwar ist MeisterTask, ja, muss man das kaufen, wenn man es richtig professionell nutzen will. Aber wenn du es alleine nutzen willst oder im Team, also in der Firma und, und, und. Es gibt 15% Rabatt, wenn ihr bei MeisterTask.com-Lars auf die Seite geht und den Rabattcode Lars benutzt. Also MeisterTask.com-Lars, Rabattcode Lars nutzen und dann gibt es 15% Rabatt. Und das ist doch echt ein tolles Angebot. Ja, wenn ihr Fragen zu MeisterTask 2.0 habt oder zu MeisterTask generell, schreibt mir eine E-Mail an fraglarz at larsbobach.de oder irgendwo hin in alle sozialen Netze oder hier bei YouTube auf meinem Blog mit dem Hashtag einfach fraglarz. Und ich gehe dann mal darauf ein. Euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Ciao.